so machen wir immer weiter ich weiß zwar nicht warum ich jetzt da hinten gespawnt worden bin weil ich bin ja eigentlich da wenn ich mir nicht ihre 300 meter vor dem punkt habe ich eigentlich aufgehört zu spielen ist egal laufen wir fix sind ja genau hier bin ich gefahren zu diesem komischen links der bumse und dann bin ich doch da über die straße gelaufen das sehen die nicht das sind ja ein paar blind fische was ist denn das für ein hässlicher ton heute kam nämlich ein update ach du scheiße was war denn das für ein motor ok oder das oder der motor ist gott da hinten muss ich hin obwohl dann könnte ich ja theoretisch noch weiter fahren ich muss ja hier nicht unbedingt schießen was jetzt mal bin ich doch da drinnen kacke war das nicht vorhin eben da eben da hinten noch hier ist keine forderung so weit weg haben sie das irgendwie erhöht wie gesagt eben gerade waren update warte mal hier ist doch das ist ja so ein runder kreis hier hmmm wenn das mal nicht künstlich angelegt worden ist hier so rund wie das ding ist mal so dass die mich nicht sehen sechs leute welt ich mach doch gar nichts du affe okay die verpüßen sich verpüßen sich alles klar die verpüßen sich wieder mitten in der pampa ist hier so ein schild aber cool gemacht hier mit den paar naja wo bleibt die drohne hä das ist ja ein scheiß sieht man die gar nicht mehr na gut na gut na gut na 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 Naja gut, ich geh jetzt mal ein Stück zurück nochmal, falls ein Auto kommt. Und dann werde ich erstmal die Drohne hinschicken. Gut, hier krepelt bloß einer rum. Ja, bin ich. Du bist der Erste, der dran glauben muss. Ach, verdammte Kacke. Ich glaube, die haben das Spiel ein bisschen schwieriger gemacht. Ist ja auch auf eine Art gar nicht verkehrt. Laufen die jetzt alle zur Drohne hin oder was? Wo sind die olle scheiß Drohne? Ja, ja. Der steht immer noch so gut versteckt da. Nein, nicht runterfallen. Ach, verdammte Kacke. Wieso muss denn der Scheißer vom Haus fallen? Da wird natürlich Schall gedämpft. Das ist die ganz schön laut, ne? Habe ich das Gefühl. Habe ich das Gefühl. Habe ich das Gefühl. Habe ich das Gefühl. Den schleppen wir mal weiter hier hin, am besten schmeißen wir den hier ins Gebüsch. Gute, hier hinten war eine Kiste, die holen wir uns erstmal. Hier war ja glaube ich keine, na lass mich doch mal vorbei, war ja klar, dass sie wieder oben ist. Ich glaube die Treppe war auf der linken Seite. Ja. Hm. Hm. Der Typ hat Informationen. Na komm, wir sind auch noch ein bisschen dichter Jungs. Die Nachladezeit ist bloß so beschissen bei diesem... Oh, wie lange braucht denn das Scheißding? Ach, die Waffe ist scheiße, die ist Schrott. Meine Fresse. Die braucht einfach zu lange, die Waffe. Das ist Mist. Scheiße. Ich muss die Stellung wechseln. Mach das. Ich auch. Tja, hätte sie die Stellung mal nicht gewechselt. Ach. Feinde im Gebiet. Ach. Ach, Katty. Ach, Katty. Hm, 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 na kommt. Okay, na weź. Co jest można tej je? Komieru szpaku. Achtunga. 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 So, war zwar wieder nicht ganz so wie ich es wollte, aber naja. Komme ich überhaupt hoch hier? Ach hier. Na, ich bin schon jetzt ein bisschen zu unkonzentriert. Warte mal, wollte sie gerade an der Stange verstecken oder wat? Oh, links sind doch noch welche. Sehe ich gerade. So, werde erstmal alles einsammeln, wie immer. Nichts verkommen lassen. Gott, das ist voll. Vielleicht werde ich das Radar irgendwann mal da unten ausmachen. Also, dass die Gegner mir angezeigt werden. In rot. Sondern erst, wenn ich sie gesehen habe. Na, ich muss mal überlegen, ob ich das denn kriege. Okay. Aber ich schätze mal, dann werden die Videos noch länger dauern. Weil ich dann wahrscheinlich nach jedem zweiten Schritt das Fernglas gucke. Na, sind die hier drinnen? Gut, hier bin ich voll. Ich schätze mal, da sind sie drinnen. Hier ist keiner drinnen. Ach, die kribbeln hier draußen irgendwo rum. Ah, hier ist irgendwas unterirdisch. Cool. Okay, dann muss ich wahrscheinlich hier irgendwo. Wahrscheinlich ist hier der Eingang, ne? Ja. Genau. Cool. So, nochmal alles nachladen. Hier ist noch eine Kiste. Die nehmen wir uns natürlich noch mit. Das sieht immer aus wie so ein, keine Ahnung, dieses Umschnallding da. Gut, die Handschuhe haben wir natürlich nichts Höheres. Hier haben wir, gut, hier haben wir es ein bisschen höher. Schuhe ist auch ein bisschen höher. Waffe. Die ist ja schlechter. Eigentlich ist sie besser. Ich muss nur eine Punktezahl ein bisschen schlechter. Okay. 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 Okay.